Was? 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 Ich habe gerade das Radion gemacht, das wollte ja auch keiner. Ihr Zahn mit deiner Zunge! Wie? Wie, Männerspuckel? Jungs spuckel? Ja, auf meinen Arm. Fungelgab. Ich finde den Quote schön. Pucka, wie ging das? Das obere Ende deiner Wirbelsäule ist jetzt nackt. Nass, nicht nackt. Alter, wenn das ein Tier ist, ne? Nee, das ist doch kein Tier. Das ist doch aber auch kein Socken. Nee, wenn es doch nicht passt. Stufe ist gut. Stufe? Eine halbe Stufe doch nicht. Aua! Moment, das ist wirklich einer, der keine Hände zeichnet. Das ist wirklich einer, der keine Hände zeichnet. Ok. ös продолжeraka. Schön. Das entfernt. Aus Aus Vorsicht und Unawart macht wirklich mal die Falltürau mal einen Spaltbrett auf. und versuche durch zu gucken ich mach mal eine probe auf verborgenes erkennen und gleichzeitig vergleichen wir das ergebnis mal auch nicht verborgen bleiben wollte ich sagen also ich kann sagen es ist beides extrem es ist beides extrem not bad denk dran dass du dir bei beidem deinen haken setzt falls sie noch nicht hast ja bei verborgenes hatte ich schon aber verborgen bleiben habe ich jetzt praktisch krass meine güte ich mache noch meine schließtechnik probe vielleicht schaffe ich es ja es ist lang genug her dass ich die probe nicht als forciert gelten lasse sofort danke ich krieg auch meinen bonuswürfelte 15 bitte 9 ich kann die so schön aufgemacht das glaubst du gar nicht geht auf wie butter ja ich lege so knack 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 und meine porsche gar näher wie wäre es denn tatsächlich mit einer brechstange die an einer der kisten lehnt natürlich in diesem zimmer ist eine brechstange ja dann bin ich halt langweilig und nehme die brechstange und schlag die dame auf den kopf okay mach das mal ich müsste kurz würfel mal bitte auf der nahkampf handgemengen ich muss ganz kurz aufstehen und ein anderes buch holen wo eine regel drin steht die ich brauche jetzt könnte ich mal eventuell auch die kleine zahl noch eine kleine zahl brauchen danke ist jetzt nicht wahr willst du mich verarschen wieder eine 7 wieder eine 7 aber meine würfel sind ich muss kurz gucken weil hier drinnen war meine ich muss kurz gucken weil hier drin war mein eines wissens sperrfeuer und dann schaut man sich das ergebnis anders an gut im grunde ist das passiert was ich wollte sie ist ohnmächtig oder tot ausgeschaltet das weiß man doch nicht ich war zerstückelt meintest du auch nicht das weiß ich doch nicht niemand hat zerstückelt gesagt übrigens hallo man ja du hast gesagt die passen in eine kleine kiste die passen in eine bettgroße kiste habe ich mir anders vorgestellt okay charles haff starrt ungläubig auf seine hände nachdem er die frau umgebracht hat im nebenzimmer hört man ein leises schlurfen william lindberg hört durch die wände mehrfach schläge und aufschläge auf dem boden was ist denn hier los hier ist gar nicht what the fuck wir haben gar keine lordsounds stimmt warum haben wir keine lordsounds egal die tanzen immerhin danke halle hallo poketobi viel spaß mit einem neu erworbenen warum sagst du poketobi hallo hab ich hab aber ich wollte danke sagen das hallo poketobi danke alle freut euch über katzen noch ein clip 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 clip klip 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 gewisst aber dank dass ich weiter ne geil haben jetzt alle gehört alle aus dem stream und so klar haben egal wir haben alle keine ohren können nur gucken und nicht sehen sie können nur gucken und nicht sehen ey adix kippt das mal bitte what the fuck das benutzt glaube ich das war sehr gut und und wie schmeckt es ein bisschen stark ach nee ich bin einfach nur muschi aber ist eigentlich lecker ich hab auf dem anderen dann nicht direkt wieder geämpft alles gut alles andere trinkt nur du schnell der zahnstocher steckt an meinem großen zahnfeld ja du hast es ja auch richtig tief rein gerannt was ist gerade passiert das hatte ich noch nicht dabei stehen wir häufiger mal dumm in der gegend rum und tun nichts da will ich nicht noch mal hören ja rechne alex um ganz ehrlich zu sein ich habe vergessen wie alt du bist ich weiß nur dass wir nicht so großen alter unterschied ich weiß dass ja siehste ich habe schon alzheimer war soll schon mal gemacht so ich habe ich habe ja du bist ein jahr veröltert sich es wird spät merke ich gerade auch durch zeugenlose wald und wiesen gehst du gast wie mit dem und im mitten er ab dann fick ihn wo sehr du bist magersüchtig ich eigentlich nicht auf der tschung was machen wir als die taxi schwierig weil die also perspektive funktioniert anders macht einfach nicht macht einfach nicht das ist es nicht Hä? Deine Schläger ist nicht mehr da. Aber eigentlich ist es ja der Batman. Oh, du bist so'n Pimmel! Bitte noch eine Runde. Na rein, los geht's! Natürlich, frag ruhig Alex! Wohin kommt niemals soweit? Ansage! Du darfst auch ruhig zu machen, Mann! Du darfst jetzt davon! Ah, Winston hat's gemacht. Schön. Wir haben eben gegrillt. Wir hatten Lamm. Das war lecker. Ist ein Kornspitz so ein kleiner weißer Hund? Mit Körnern? Naja, man weiß ja nie. Warum sollte ein kleiner weißer Hund Körner bekommen? Ich weiß ja auch nicht. Deswegen frag ich ja. Total! What the fuck? Alter! Kann ich das noch mal aktivieren? Nein, geht nicht. Okay. Wenn du mal hier streamen, dann ist mein Kram ja doch schon zu Ende. ACH! Oh, das ist nicht gut, oder? äh, sie hieß Domino das fliegende Spaghetti-Monster oder ein reguläres Spaghetti-Monster? oh mein Gott, wie kam Eva Braun da drauf? ich fühle mich verarscht da konnte man drauf kommen vor allem, das sag ich jetzt nicht, aber gleich sag ich was dazu was sag es? oh wow ich wollte darauf hinaus, dass Alex ein beeindruckendes Talent dafür hat über Dinge zu reden, die thematisch passend sind das ist das schwerste es sind viele Gesichter oh das ist verdammt das ist voll gut mit dem Mount Rushmore, wie heißt das denn noch? ja genau so wir heißen dem Mount Rushmore wie heißt Front Rushmore? ich mach das ja aber ganz ehrlich, ohne den Adolf Humanphysiologie und das war eine Basis für Biopsychologie warum musstet ihr Biopsychologie machen? Biopsychologie hat Sinn gemacht da ist sowas wie, dass du Erregung über Hautleitfähigkeit messen kannst und so ich hab die chemische Formel für Hemoglobin nein du hattest Chemieleistungskurs richtig to live should they roll higher or lower lower, oder? ja, higher tja tja was habt ihr denn für Glück? ohne Witz Alex und Pocotobi schummeln ich hab null Geld an Gehelden an Gehelden machst du weiter? richtiger genau sowas ja man ach digger ja nein nachschub hat keiner gesehen danke keine Sorge hat keiner gesehen ich hab kurz Stream ausgemacht ja ja genau warte ich geh aufs Band nice oh oh und äh und äh das soll das soll das soll äh Luft und sehr ach 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 du bist immer noch ein Honkmann du bist der Oberhonscho jetzt ist sicher schon eine scheiß Begriff und er sagt trotzdem noch vor Junge einfach geh zum Wettbewerb Junge einfach geh zum Wettbewerb Digga guck doch nicht wenn ich nicht gucke da guckte wenn ich nicht gucke wenn die zugeguckt haben und noch nicht gefollowt haben das war ein Follow Wert haut raus das war zweimal Follow Wert digga nice GG weiter lock los auf jeden Fall hab ich AWP gesehen wer will AWP zwinker ich ich nehm sie ich nehm sie hier bitteschön danke voll guck mal hier die Gase krass mach noch ein Sub ich bin schon ein Sub ja man ich bin schon ein Sub ja richtig gut wohin wohin ich bin der Nasen nach wie Wimbledon Tennis Match soll Frodo spielen Gott sei Dank ist der Genji nicht da ach ihr seid scheiße der Name einer Selbsthilfe Gruppe für Männer die keinen Bart wuchs der stimmt nicht für Paul der schon länger da ist der wird geschmissen der wird geschmissen kann das jemand klippen einfach nur damit Genji sich für immer freut ihr seid so scheiße geführt ist ein Gegner diese Pflanze hier unten diese Pflanze ist richtig treuer ich mach das jetzt bleib mal stehen bleib mal stehen ich mach das jetzt das ist nicht wahr Halt die Klappe du kannst nix alter nix kannst du ich kann wohl das nein das war nicht richtig das geht noch warte easy fuck das hier war jetzt sogar nicht mal Progress ich bin eben schon an dem Block den Arsch nicht zeigen dann darf die Katze ja wohl ihren auch nicht zeigen miau mal da ist das Mikro mach miau mach miau Mausi 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 reagiert nicht mehr auf mich die dumme Hure oh doch sie reagiert sie hat sich freiwillig zu dir umgedreht nooo mach ma miau wohl nicht wohl nicht so du kannst du nicht oh Jungle Jungle Hilfe 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 oh Scheiße das ist Kacke oh Scheiße das ist Kacke genau den da hab ich gehört weißt du wo der war weißt du wo der war geh auf B ich hab mich ein bisschen mit Alex unterhalten achso das stört dich nicht ne das stört dich nicht ha 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 User was moved out of your channel Keiner retten von Alex Spaß oh Mann er ist sauer auf mich weil ich mich mit dir unterhalten ha 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 Bildung fördern Auch schon fertig Gute Nacht Danke nochmal für den Host Danke fürs Zusauen Fürs Zuschauen Tschüss Danke fürs Zusauen Das klingt unangenehm Amen